Hallo liebe Zuschauer, ich möchte heute in den Westen Niedersachsens fahren, genauer gesagt ins Emsland und mir die Samtgemeinde Werlte angucken. Das ist eine ganz sympathische Kommune im Herzen des Hümmlings. Tja, und da findet man Natur und Ruhe gleichermaßen wie den sprichwörtlichen emsländischen Unternehmergeist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und natürlich gibt es auch was Leckeres zu essen, zum Beispiel Buchweizenpfannkuchen. Liebe Zuschauer, wenn Sie mich fragen, die Samtgemeinde Werlte, die lohnt sich. Vielen Dank. Vielen Dank.